Ich habe die langweiligste Ankündigung eines Videospiels gesehen, die man sich nur vorstellen kann. Das hier wird kein sonderlich großes Ding und ist eigentlich auch nichts sonderlich wichtiges, aber ich fand's lustig und ich wollte das irgendwie loswerden. Und zwar... Ich habe diese ganzen Summer Games Non-E3-E3-Dinge kaum verfolgt. Ich habe das von Capcom gesehen, ich habe das von Sonic gesehen, aber sonst ließe das größtenteils an mir vorbeigehen. Dann hatte ich aber auf meiner Twitter-Timeline den Sega-Livestream, der bald starten sollte, gesehen und dachte, wieso nicht? Sega, ja, Sonic habt ihr schon angekündigt, da wissen wir alles, aber ihr habt ja noch andere Marken, vielleicht ist da ja noch irgendwas anderes Interessantes dabei. Es war nicht viel. Das Ganze startete mit einem Render-Trailer von einem Multiplayer-Shooter namens Hyenas, für dessen Alpha man sich nun anmelden kann. Viel kann man da eigentlich nicht zu sagen, man kann da nicht viel drüber reden, nicht dran beschreiben, nicht dran kritisieren. Dass das Spiel Hyenas heißt, ist so ein richtiger Viel-Glück-Damit-Name. Es soll ein PvE-PvP-Mix sein, bei dem Menschen in der Zukunft auf dem Mars leben und nutzlosen Unrat und Andenken irgendwie darum kämpfen, weil die eine Rarität sind und bla. Es wird Team-Elemente haben und eine höhere Time-to-Kill und Fähigkeiten und Zero-G-Elemente, wodurch man scheinbar schweben kann. Und all das abgerundet mit einem Art-Style, der sagt, wir brauchen mehr Shooter, die sich nicht ernst nehmen, damit alle Charaktere nerven und man alles, was einem einfällt, als Microtransaction verkaufen kann, ohne auf den Tone oder das Setting achten zu müssen. Denn das ist mein Lieblings-Genre. Viel mehr gibt's dazu aber noch gar nicht zu sagen, weil einfach noch kein Gameplay gezeigt wurde. Es gibt nicht mal ein Release-Datum, außer irgendwann nächstes Jahr. Ja. Man kann nicht viel sagen, hm? Das hinderte das Event aber nicht daran, nach dem Trailer noch darüber reden zu wollen. Wir brauchen alle anderen in der Umgebung, um zu engagieren, zu verhindern, zu verhindern und natürlich zu verhindern, um ihren Weg zur Krieg. Wir finden uns jetzt alles, was wir tun können über Hyänen. Was ist alles, was wir tun können? Ich bin Destin und ich bin mit dabei, um über Hyänen zu sprechen, ist der Kreative-Direktor bei Kreative Assembly, Charlie Biuscia. Charlie, wie geht's dir heute? Als erstes kam der Kreative-Direktor dran, der im Grunde das erklärte, was ich auch gerade in wenigen Sekunden zusammengefasst hatte, über das Setting des Spiels, über den Artstyle des Spiels, über die Lore des Spiels, aber wollte eigentlich auch noch nichts genug sagen. Währenddessen lief der Trailer nochmal im Hintergrund. Gelegentlich hat man auch Konzeptart gezeigt, weil einfach noch kein Gameplay existiert und ähm, äh ja, äh, ist ein, ist ein Videospiel. Wir können uns zwar noch nicht vorstellen, wie das Gameplay repräsentiert wird, was für ein Gefühlsstil gibt, was für eine Spielgeschwindigkeit es haben wird, wie ein Match ablaufen wird, wie der Kampf überhaupt aussieht und je länger der Typ geredet hatte, desto mehr dachte ich, jaaa, gut, zeigt bitte das nächste Spiel. Ich habe auf ein Sega-Event geklickt, zeigt mir ein paar coole Sega-Projekte. Und es ging einfach weiter und weiter. Und es ging einfach immer und immer weiter. Immer und immer weiter. Mein Gott, ihr habt mal die Kling gesehen. Und endlich waren wir fertig. Oder auch nicht. Stattdessen zeigt uns nun der Producer des Spiels den Trailer nochmal. Aber, haha, nee, nee, nicht einfach nur den Trailer an sich, das wäre ja langweilig. Sondern er macht eine Trailer-Analyse. Eine eigene Trailer-Analyse von einem vorgerenderten Trailer, der seit ein paar Minuten existiert. Und, meine Güte, er erklärt einfach alles. Immer, wenn eine Figur gezeigt wird, Standbild, erklären, dass man nun eine Person sieht. Hier ist der Rücken von jemanden ohne Gesicht. Mal kurz auf die Schuhe zoomen. Ganz wichtig. Hier ist noch ein Bild von einer Person. Hier ist noch ein Bild von einer Person. Hier ist das Firmen-Logo einer fiktionalen Firma. Das ist alles sehr wichtig und sehr interessant für ein Franchise, das auch nicht existiert und all das noch nichts bedeutet. Hier sind Easter Eggs, die wir in diesen Render-Trailer, der Kram zeigt, der im fertigen Spiel nicht mehr drin sein wird, reingepackt haben. Sind wir nicht witzig, wie wir den Witz zwar nicht erklären, aber sagen, dass er da ist? Leute, aber hier kommt nun die Gameplay-Erklärung. Es gibt Granaten und rote Fässer und Flashbanks. Und sie funktionieren so wie in jedem anderen Videospiel auch. Zeit, das Video dafür anzuhalten. Hier ist ein Sticker. Hier ist ein pinker Kreis. Hier ist das Bild von einem verdammten Hund, den jemand gezeichnet hat und unser Art-Director mochte das nicht. Das ist aus irgendwelchen Gründen super wichtig. Das ist ein Render-Trailer, die kämpfen nicht. Das ist kein Gameplay. Da passiert nichts. Unfassbar. Wenn irgendwelche fanatischen Star-Wars-Fans jeden Frame eines Trailers analysieren, um Content zu generieren, dann liegt das daran, dass Star Wars eine große Sache ist. Man sich ein Bild über den Film machen kann oder es vielleicht Referenzen zu Dingen beinhaltet, die vielleicht später noch irgendwas bedeuten. Euer Spiel existiert aber noch gar nicht. Das war der offizielle Hyenas-Announcement-Trailer. Danke, dass du siehst. Seid in die Packung und für die Alpha gewinnt. Wir würden wirklich lieben, dich zu haben. Aber gut, endlich sind wir fertig. Wer wusste, dass ein Announcement-Trailer so viel Info packt hat? Hier, um noch mehr auf das Gameplay von Hyenas zu gehen, ist Designdirektor Alex Bro. Oh nee. Alex, danke dir, heute den Trailer zu bringen. Jetzt will auch noch der Lead-Designer-Ding erklären und Features zeigen, die eben schon gut erklärt wurden und man später eh nicht viel klüger ist, weil man halt nix zeigen darf, weil man noch nix hat. Gefolgt von dem Producer. Hey Dustin, how are you? Good to talk to you. Nochmal. Der erneut Kram erklärt. Nochmal. Und nach ganzen 40 Minuten endete einfach das Event. Das war's. Das war die große Sega-Ankündigungs-Show. Amazing. Ich will nicht zu viel meckern, also ich hab's gemacht, aber ich will ja nicht zu viel meckern, aber Sega ist jetzt nicht dafür bekannt, viele Shooter rauszuhauen und wenn, dann auch selten wirklich gute Shooter, aber es ist zumindest kein Publisher, wo du denkst, ja, die bringen die Shooter raus. Niemand, wirklich niemand wird auf dieses Event geklickt haben, um zu sagen, geil, hoffentlich wird ein neuer Multiplayer-Shooter mit einem wacky Art-Style angekündigt. Niemand hat deswegen draufgeklickt. Dass die Leute enttäuscht waren und vor allem enttäuscht war, dass es immer und immer und immer weiterging. Es war zu erwarten, oder? Der Chat war schon nach dem Trailer genervt, die Kommentare sind negativ, der Subreddit, der natürlich sofort existieren musste, bestand nach wenigen Minuten aus Let's fucking go und Ihr habt Italien vergessen. Aber jetzt ehrlich, was soll's. Es ist ein Multiplayer-Shooter und auch wenn er sehr üble, wird nach drei Wochen gecancelt mit Vibes abgegeben hat, wollte ich mich für die Alpha anmelden und nachdem ich mich erst in meinen Creative Assembly Account einloggen sollte, den ich auch garantiert habe oder mich einfach mit Steam anmelde. Leute, es ist wirklich so. Hier, ich kann hier reinklicken, ich kann hier reinklicken, ich kann, ich kann das markieren. Man konnte seine E-Mail-Adresse nicht eintippen. Es ging nicht. Auch mit Tab nicht, da kam man nicht in dieses Feld rein. Es ging einfach nicht. Ja, Videospiele. Ein gutes Hobby. Mittlerweile sind auf den Reddit ganze 100 mild interessierte Arsfresser eingetrudelt. Mittlerweile hat Fabian Döhler höchstpersönlich die Website gefixt, damit man sich auf einer Seite, die ausschließlich dafür dient, sich anzumelden, auch anmelden kann. Mittlerweile besteht der Reddit trotzdem nur daraus, dass nichts funktioniert. Ganz großes Kino. Es tut mir ein bisschen leid für die Entwickler, sowohl für das Team an sich, als auch für die, die man vorschicken musste, um um den heißen Brei reden zu dürfen. Die machen sicher alle eine gute Arbeit und wollten sicher alles, nur nicht, dass das Spiel gezeigt werden muss, bevor überhaupt etwas gezeigt werden kann. Mit wie vielen Bayonetten hat Sega eigentlich erzwungen, dass eine Präsentation mit nichts gefüllt wird, nachdem sie gerade erst auf die Schnauze gefallen sind mit einem Sonic, von dem sie nichts zeigen konnten? Weil, ja, die Welt wäre nun keine schlechtere gewesen, hätte man sich mit einem Sonic nicht mit diesem Event noch ein paar Monate Zeit gelassen. Also dann, viel Glück Hyänas, ihr habt eindeutig die Show gestohlen. Dann wünsche ich für coole Supporter gelegentlich kleine Bonus-Videos, die zwischen den richtigen, größeren Videos kommen. Falls ihr an dem, was ihr gerade gesehen habt oder ähnlichen, also Interesse habt, dann... Ne? Dankeschön für euren Support und so. Ich hab mich bisher immer zurückgehalten, den Patreon groß zu bewerben oder überhaupt zu erwähnen, dass ich seit einigen Jahren schon einen habe, wodurch mich dann aber immer wieder Leute angesprochen haben, dass sie mich schon längst supportet hätten, hätte ich mal was gesagt, also... Ja, sag ich's einfach mal hier. Ansonsten bis zum nächsten Video. Oder streamen. Oder was auch immer. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.